Hallo ihr Lieben! Hallo! Unser erster Gruß geht heute an Luises Bruder Hannes, weil der hat nämlich heute Geburtstag. Hannes, alles Gute! Wir haben dich lieben! Wir wünschen dir alles Gute für Glück und eine fette Party auf Norwegen. Wir sind ganz wichtig. Und wir haben uns auf dich angestoßen, Hannes. Ja, das stimmt. Happy Birthday für dich. Happy Birthday! Ja, und wir wollten euch ganz liebe Grüße wieder übersenden aus dem Anker. Wir sind jetzt auch wieder fit. Wir waren ein bisschen angeschlagen, aber das haben wir auch gut überstanden. So ist ja nicht. Und jetzt geht's langsam mal in die heiße Phase. Diese Woche war schon mal ein guter Start. Also bisher waren eigentlich alle Tage relativ gut hier. Okay, heute war es ein bisschen ruhiger. Also Leute, kommt immer schön brav in den Anker. Genau. Dicke Party, gute Getränke, super Musik. Ja, und wir sind auch da. Auf jeden Fall. Genau. Wir haben jetzt Feierabend für heute. Schluss. Wir gehen jetzt noch einen kleinen Absacker, einen kleinen Schlumi trinken. Einen Schlumi. Genau, einen kurzen Absacker, ein bisschen quatschen noch und dann auch ab in die Haier. Wochenende wird hart, dann müssen wir fit sein. Habt viel Spaß. Und... Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020